Diese Windel von Abu haben viele von euch wahrscheinlich noch nicht gesehen. Dabei sieht die Dinoraz mit ihren Dinomotiven süß aus. In diesem Video schauen wir sie uns genauer an. Die Windel kommt in den klassisch durchsichtigen Packungen, die sich nicht ohne Schere öffnen lassen. Die Klebefläche fällt sofort auf, dort ist das Dinomotiv groß und mit kräftigen Farben aufgedruckt. Abu setzt hier auf Klett, was für den Hersteller ungewöhnlich ist. Die meisten anderen Windeln nutzen Kleber aus Plastik, die aber ebenfalls geöffnet und neu geklebt werden können. Nur wenige haben Klett, wie die Bunny Hubs. Wer sich dafür interessiert, kann mein Praxistist-Video anschauen. Darunter ist die Dinobindelweiß, aber ebenfalls bedruckt. Etwas dezentere einfarbige Drachen sind bis hinten an den Po zu sehen. Die Art des Designs ist identisch mit der Bunny Hubs und so ähnlich fühlt sie sich auch an. Zwar hat sie außen eine weiche Folie, doch das Saugmaterial dahinter ist relativ starr. Das macht sie meiner Meinung nach nicht ganz so komfortabel, weil sie sich schlechter an den Körper anpasst und es fühlt sich etwas hart zwischen den Beinen an. Selbst wenn sie noch unbenutzt ist. Andere Windeln sind weicher. Egal ob man bei Abu auf beispielsweise die Teeny Tiles, Peak Abu, Cushy, Little Paws und weitere schaut. Oder andere Marken wie Reas. Abgesehen davon funktioniert das Anlegen der Windel. Es sind Standard-Klettkleber, wie man sie von anderen mit Klett kennt. Abu sticht weder positiv noch negativ hervor. Die Kleber machen ihren Job und halten die Windel sicher, ohne sich selbst zu lösen. Nachdem man sich etwas bewegt hat, fühlt sie sich etwas weniger hart an. Und auch etwas weniger dick, was die Messung mit der Waage bestätigt. Das Leergewicht von 209 Gramm ist unterdurchschnittlich. So eine dünne Windel hatte ich schon eine Weile nicht mehr im Test. Die letzte war die Fabi-Monti von Fabicare, die aus Deutschland stammt. Abu selbst hat noch dünnere, falls einem das gefällt. Die Abu Kiddo zum Beispiel wog nur 179 Gramm. Vor den Ergebnissen meiner Tests im Alltag kommen wir zum Sponsor dieses Videos. Daiper Minister hat mich dankenswerterweise unterstützt und ist als einer der größten ABDL-Shops sicher für einige von euch interessant. Dort gibt es ein großes Sortiment verschiedener Windeln, viele davon sind bunt bedruckt. Wer es lieber schlichter mag, findet bei den einfarbigen oder medizinischen Windeln etwas Passendes. Für Kleidung ist ebenfalls gesorgt. Pyjamas, Shirts, Unterhosen und weitere Sachen haben die passende Größe, damit sie Erwachsene tragen können. Mit dem Rabattcode WindelTV10 bekommt ihr einmalig 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Zurück zur Dino-Windel von Abu. Ich habe fast eine ganze Packung ausprobiert. Die Ergebnisse lagen dabei zwischen 1,8 Kilogramm und 2 Kilogramm. Da die beste Messung zählt, sind es hier die knapp über 2 Kilogramm an Gewicht. Das ist weit weg von einem neuen Rekord. Aber trotzdem eine solide, überdurchschnittliche Saugleistung. Für einige sind knapp 2 Liter ausreichend. Gerade wenn man nicht 24 Siebenwindeln trägt, sondern nur abends oder über Nacht, bekommt man zu Saugstarke ohnehin nicht voll und würde sie verschwenden. Allerdings kostet eine Packung mit 10 Windeln derzeit 32,95 Euro. Daiper Minister kann sie zu diesem Preis liefern und auch im hauseigenen Abu-Shop kostet sie regulär genauso viel. Rund 3,30 Euro für eine einzelne Windel ist kein Schnäppchen. Um das zu rechtfertigen, muss einiges geboten werden. Schließlich gibt es viele, die deutlich günstiger sind und trotzdem in allen Punkten gute Ergebnisse liefern. Saugleistung, Design und Tragegefühl. Die Dino-Windel ist vorne kräftig bedruckt. Ihre Aufdrucke sehen süß aus, wobei das natürlich subjektiv ist und jeder je nach Geschmack anders sehen kann. Wie viel sie aushält, lässt sich besser messen. Für einen überdurchschnittlichen Preis müsste die Saugleistung in meinen Augen auch überdurchschnittlich hoch sein, was hier leider nicht der Fall ist. Selbst wenn man Rabatte wie beispielsweise meinen 10%-Gutschein mit einberechnet, bleibt die Windel vergleichsweise teuer. Und das, obwohl sie gar nicht mal mehr so neu ist. Sie kam bereits 2019 auf den Markt, ist also zum Testzeitpunkt bereits 5 Jahre alt. Die jüngste Krise, die zu Massenentlassungen bei diesem Hersteller geführt hat, kann das auch nicht alleine erklären. Im Detail habe ich das in Windel-News Folge 21 gezeigt. Ein gutes Gegenbeispiel, was man für das Geld erwarten kann, ist die Dragoons von LNGU aus meinem letzten Praxistest-Video. Sie hat mit 3,29 Euro fast den gleichen Preis, doch liefert mit einer deutlich höheren Saugleistung auch einen Mehrwert, womit er sich rechtfertigen lässt. Generell ist Abu nicht für die günstigsten Windeln bekannt, ich habe in vorherigen Tests auch schon mit den Preisen gehadert und darüber diskutiert. Bei anderen Modellen gibt es ähnliche Schwierigkeiten. Die Dino-Windel sehe ich hier als Extrembeispiel, es ist eine eher mittelmäßige Windel, die zu Preisen in der Oberklasse verkauft wird. Man kann argumentieren, dass sich Abu vor allem vor ihrer Krise für die Szene eingesetzt hat. Sie sind weltweit auf ABDL-Veranstaltungen und unterstützen sie mit Sponsorings, links oben seht ihr ein Beispiel vom Quellgeist. Beispielsweise von ihren Windeln, die dort zum Wickeln teilweise kostenfrei angeboten werden. Unabhängig wie man zum Vorwurf des Missmanagement steht, sind das natürlich Kosten, die man als Wirtschaftsunternehmen über die Produktpreise wieder reinholen muss. Ob es ein derart hoher Aufschlag sein muss, halte ich für diskutabel. Nehmen wir die Land of Genie Dino-Windel, sie ist bunt bedruckt und hat nahezu die gleiche Saugleistung, kostet mit 2,89 Euro pro Stück aber schon über 14% weniger. Noch extremer ist es bei der Rear Safari. Auch Sivo knapp über 2 Kilogramm, ist mit 2,33 Euro je Windel aber sogar um satte 41,6% günstiger. Beide Windeln nutzen zwar Kleber aus Plastik. Selbst wenn man für Klett einen gewissen Aufpreis mit einderechnet, ist der Unterschied zur Safari heftig. Einen Preis zwischen den beiden würde ich bei der Dino-Windel angemessen finden. Ich mag zudem Weichere lieber, wegen des angenehmeren Gefühls und weil sie sich besser an den Körper anpassen. Das kann nicht nur die Konkurrenz wie beispielsweise LNGU besser. Auch Abo hat mit der Little Paws oder Peak Abo mehrere Weichere im Programm, um nur zwei Beispiele zu nennen. Mögen manche von euch lieber härtere Windeln? Schreibt es mal in die Kommentare. Für mich macht es die Windel unattraktiv. Zusammen mit dem hohen Preis konnte sie mich nicht überzeugen. Falls es dir ähnlich geht, schaue mal in meine anderen Videos an der Seite. Dort findest du unter vielen Tests sicherlich eine Windel, die dir gefällt. Wer mit mir und anderen Windelträger schreiben möchte, findet in der Beschreibung die Links zu den Chatgruppen. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017